Ach ja, bitte nicht wundern, dass die Qualität hier noch nicht so extrem gut ist. Das liegt daran, dass ich hier in den letzten Tagen die meisten CWs einfach mit Streaming-Qualität aufgenommen habe. Deswegen wird der nächste CW-Clip wahrscheinlich auch zur Hälfte auch in dieser schlechten Qualität sein. Ich weiß gar nicht, ob das übertragbar ist auf alle anderen Videos. Aber auf jeden Fall entschuldige ich nur mal die schlechte Qualität. In Zukunft wird es auch 60 FPS geben. 720p liegt nicht an Camtasia. Ich nehme immer an 1080p auf. Nur es liegt an Camtasia, nicht an OBS meinte ich. Camtasia rennert auf 720p runter. Ich weiß aber auch, wenn es auf 1080p geht, muss ich halt jetzt die Tage noch machen. Und ja, dann entschuldige ich mich für die Qualität in den letzten Tagen. Aber auf jeden Fall das mit dem TNT. Es liegt nur daran, weil sie TNT gefehlt haben. Also wir haben, glaube ich, EP gefehlt und die haben tausende Schafe und TNT gefehlt. Und dabei haben wir das TNT aus der Aegis. Deswegen, ja, nicht wundern, dass wir TNT dabei haben. Ja. Und dann bauen wir so eine Mauer direkt. Oh nein, als letztes muss ich essen. Oh mein, ich kann noch nicht essen. Nice! Der zweite Slow. Komm auch rein. Als ob der runtergefallen ist, bitte. Als ob der runtergefallen ist. Jungs, halt die Schlauze. Wir müssen uns hier konzentrieren. Es sind immer noch drei Leute, ja? Ja, und ich bin auf vier Herzen, oh mein Gott. Aber ich trinke noch nicht. Ob einen, oder? Nee, alles ob. Ich habe einen Hallungsrankheit, ich bin gebraucht. Ey, die sind die ganze Zeit so los. Ich hab krass. Nur mich, try das TNT jetzt einmal kurz. TNT macht keinen Schaden. TNT macht nichts. Ich weiß, stimmt, ich kann keine Übung schaden. Stimmt. Nein, ich habe keinen Rücken. Doch, Schaden schon, aber keine Übung schaden. Doch, doch. Aber das macht natürlich in der Wand fast gar nichts, kann Schaden. Hast du only auf den Link, Ben. Ja, ja. Ey, ich könnte irgendwie TNT-Kanone versuchen. Nein, nein, lass. Hier. Jari, was machst du da? Hast du auch noch keinen Bogen, ne? Nein, ich habe keinen Bogen. Ich switch einfach zu... Alter, ne? Den Herrn ist noch bei mir. Halt voll. Ich trinke, ich trinke nicht. Nein, ich trinke ein bisschen Zeug. Das ist Gin. Du, ich darfst doch nicht so hochgehen, nigga. Man kriegt manchmal so viel Merkbeck. Aber die haben kein 13er, glaube ich. Können sie mal einen Hut fressen? Nein. Nein, ja. Chipper jetzt. Die haben die Stärke, was meint ihr? Ey, Leute, was ist das denn einfach? Ich glaube, schon muss die einmal Stärke haben. Sie haben kein 13er oder so. Ich habe mir eine Idee. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Keinen Tag. Wollen wir uns langsam nach oben stecken? Gebt mein Feuerzeug. Ne. Dario, gib mein Feuerzeug. Ich habe keinen. Ach, ne? Achtung, Leute. Achtung. Ja, es kommt da. Es kommt da. Von der Seite. Rechts an euch. Rechts an euch. Seid noch. Ja, Vermis und Dario konzentriert. Aber die ganze Zeit switchen jetzt so eine Picke. Diese Scheiße, Alter. Obelix und Jonathan von vorne. Und Vermis und Dario von rechts. Ja, ja. Das macht ihr gut. Ja, nochmal. Der rechts hat zwei jetzt von mir drin. Der hat mich hier, hier vorne. Der hat hier. Er hat ein Feuerzeug. Der hat Stärke. Der hat Stärke. Der hat Stärke. Der hat Stärke. Ich habe das Feuerzeug, Leute. Der hat Stärke. Ich habe das Feuerzeug, Leute. Der hier rechts hat Stärke, Leute. Ich habe das Feuerzeug, Leute. 12 war das, ne? Oh, weiß. Gehen wir gehen. 35, 12. 35. Links, Jonathan liegt von hinten. Oh mein Gott, Alter. Hübsch. Die Hände sind halt besser als Fügel. Ja, es sind halt die Besserung für Will. Nein, ich bin halt auf einer Fünfer. Ich bin der Spiegel. Alles, ja. YouTube. Habe ich aufgenommen, bitte? Ich auch. Ja, ich habe auch.